Wo hast du den her? Henry, der Typ aus der Küche hat mir ein Tütchen verkauft. Also, hast du dich so tief fallen lassen, dass du wieder zu Drogen warst? Das ist ja viel interessant als bei mir. Das weißt du, bestimmt nicht. So, dann kannst du ja wohl nicht sagen. Ich weiß ja eigentlich schon mal was. Ja, dann. Ich weiß doch, dass ich verstorben bin und warum ich mich mit einem Zauber wieder zu leben habe. Ja, mein Weihnachtsmäß. Ich weiß, dass ich wieder zurückgekommen bin. Hey, was denn für Drogen? Na eben? Ja, die man das jetzt. Was denn vorn wieder gehört? Ich hab's ja nicht erzählt. Ich hab's niemandem erzählt. Ich hab's ja gar nicht. Ich hab's ja gar nicht. Ich bin wirklich hier auf etwas Spannung.